Herr Klubobmann-Lugar. Ja, also was ich nicht ganz verstehe ist, warum Sie sich so wehren dagegen, dass man einfach mehr Zeit einräumt. Denn es wäre ja ganz einfach gewesen, den Abstimmungsvorgang nochmal zu verschieben. Dann hätten wir uns in Ruhe vorbereiten können. Wir haben jetzt leider eine Situation vorgefunden, wo wir auch ablehnen mussten, weil wir nicht sicher waren, was da tatsächlich vorliegt. Und das ist einfach schade. Und deswegen weiß ich nicht, warum Sie sich so wehren dagegen, dass man einfach hier sagt, okay, das war ein Fehler und beim nächsten Mal gebe ich einfach mehr Zeit. Denn das ist, glaube ich, das, was wir wollen. Nämlich eine gewisse Zeit, um das auch dementsprechend beurteilen zu können. Ich glaube, das wäre das Normalste der Welt. Und ich würde mich bitten, dass Sie das möglicherweise beim nächsten Mal anders machen. Vielen Dank.